So meine Freunde, heute habe ich nochmal eine Übung für euch mehr oder weniger, nämlich für dieses Event-basierte Arbeiten, das wir ja letztes Mal so heftig angesprochen hatten auch. Und zwar, wenn wir eine Datei schreiben, ist das irgendwie auch so ein bisschen Event-basiert. Es ist nämlich wahnsinnig wichtig, ob ihr synchron oder asynchron Dinge tun wollt. Und normalerweise macht Node ganz gerne alles asynchron. Warum? Naja, es ist halt einfach viel schneller. Wir bauen uns einen Server, wir registrieren alles, was er tun soll, wir lassen ihn laufen. So, das ist eine Sache von 0, irgendwas Sekunden. Mega. Und dann jedes Mal, wenn irgendwas passieren sollte, zum Beispiel irgendjemand ruft eine Website auf oder sendet einen Request, dann passiert hier eben ein Event. Und dieser Event wird hier drin verarbeitet. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Postdaten lesen möchte, dann passiert hier nochmal ein Event. Und dieses Event wird dann halt woanders verarbeitet. Und ich weiß nie wo. Was natürlich für mich als Programmierer ein bisschen überanstrengend ist, im Vergleich zum langsam alles nacheinander ausführen, aber dafür halt auch hochperformant. Dementsprechend muss ich nicht warten, bis irgendjemand seine Daten hochgeladen hat, sondern ich kann ihm direkt einfach die Antwort schicken. Ey, du hast dich registriert. Herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt wollen wir diese Daten ja in eine Datei schreiben. Wie machen wir das? Nun, wir brauchen dazu ein neues Modul. Wir sagen hier fs dazu. Warum ist denn das da vorne so mit einem Leerzeichen? Und zwar heißt das Modul fs wie File System. Und dieses fs können wir jetzt hier drin benutzen, um statt Console Log, beziehungsweise das können wir auch einfach drin lassen, können wir einfach sagen fs.machwas. Was wollen wir machen? Naja, wir wollen Write File. Und ja, hier drin können wir ganz einfach sagen, okay, was wollen wir für eine Datei haben? Naja, wir können ja sagen, unsere Datei soll bitte so heißen wie der User und da drin sollen dann halt irgendwelche anderen Informationen stehen. Ich werde jetzt hier einfach mal den const User auslesen. Der ist nämlich past.split. Split bitte. Und zwar wollen wir anhand des istgleichs splitten. Das haben wir letztes Mal schon gesehen, dass da Username istgleich User1 stand. Dementsprechend User1 ist der Username. Also wollen wir am istgleich splitten. Und wir wollen nicht den Username haben, sondern wir wollen die 1 haben. Okay, also ist das quasi unser Dateiname. Das heißt, wir wollen die Datei namens User plus .txc haben, wo wir reinschreiben. Und was wollen wir reinschreiben? Wir wollen, tja, wir haben sonst keine Informationen, ne? Das ist jetzt doof gelaufen, aber lass uns einfach das past reinschreiben, damit wir irgendwas reinschreiben können. Okay, so. Und was wir jetzt hier drin machen, ist folgendes. Wir brauchen, also das nehmen wir jetzt einfach mal hier das Ganze in Synchron an. Und jetzt starten wir einfach mal unser Ding neu, so unsere App neu. Wenn ich jetzt hier meine Daten einfach nochmal sende, also ich habe mich User1 genannt, ich habe das hier hingeschickt. Dann sehen wir hier, ich habe eine neue Datei namens User1.txt erstellt. Und da drin steht dann am Ende Username istgleich User1. So, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich cool. Aber wir wollen ja eigentlich noch was anderes haben. Ich lösche die jetzt nochmal ganz kurz. Wir wollen ja hier drin schon den Username und alles haben. Also alles, alles soweit korrekt gewesen. Aber wir wollen das auch asynchron machen. Wir wollen nicht dieses Sync hier stehen haben. Denn Sync bedeutet für uns, wir müssen uns drum kümmern, dass, also im Endeffekt, wenn ich hier unten irgendwas zurückgeben würde. Sagen wir, ich gebe das hier, Sekunde, ich gebe das hier erst zurück, wenn wir hier fertig sind. Davor habe ich hier kein Res. Wenn wir hier nicht fertig werden, sprich wenn wir hier nichts geschrieben haben, dann lädt unsere Website einfach ewig. Und ja, das geht vielleicht mal schnell. Aber nehmen wir an, ihr habt hier eine Datei, die mehrere Gigabyte hat. Ja, das auf eine Festplatte zu schreiben, nachdem ihr euren ganzen Buffer vollgeschrieben habt mit irgendwelchen Inhalten. Und dann wollt ihr das quasi hier draufschreiben in eure Festplatte. Ja gut, das würde schon gehen, aber es wäre dann halt doof, weil ihr müsst warten, bis das fertig ist. Davor kriegt der User keine Antwort von euch. Und das mag sinnvoll sein in manchen Fällen, aber in den meisten Fällen wollt ihr hier lieber das Ganze asynchron machen. Und deswegen machen wir hier Write File, normalerweise ohne Sync. Speziell bei so großen Dateien macht das dann natürlich irgendwann einen riesigen Unterschied. Und hier drin können wir jetzt ganz einfach auch sagen, okay, was soll denn passieren, wenn wir fertig sind? Also, was wollen wir machen, wenn wir hier fertig die Datei geschrieben haben? Wir können ja, also wir bekommen einen Error als Parameter noch mit und diesen Error können wir abbilden auf eine weitere Funktion. Der ist erstmal standardmäßig null, das heißt einfach nicht vorhanden. Aber wenn es halt einen Fehler gab, dann können wir den hier drin verarbeiten. Und hier drin können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn wir wirklich soweit sind, dass wir hier drin sind, also dass wir hier irgendwas gemacht haben, ich mache das jetzt hier nochmal unten drunter. Wenn wir hier ankommen, dann lass doch mal den Status-Code ändern, also zum Beispiel res.status-Code, äh, status-Code, lass den doch mal auf, ähm, 201 setzen oder sowas, irgendwas, irgendwas Fancyes. Und lass mal den Header setzen, setHeader, nicht setRequestHeader, setNormalHeader. Und lass den doch mal mit Location woanders hinzeigen und zwar auf Slash. Was das macht ist im Endeffekt ein Redirect, das heißt ihr werdet auf Slash, also quasi auf die Index-Seite weitergeleitet und erst danach returnliche res.end. So, das heißt wir könnten jetzt hier sozusagen eine Upload-Seite haben und wenn wir fertig sind mit Uploaden, dann werden wir redirected auf eine andere Seite. Das wäre so ein Workflow, den ich mir als User auch ganz gut vorstellen könnte. Und, ähm, wir machen das jetzt nochmal, wir gehen hier nochmal ganz kurz auf die ursprüngliche URL und sagen hier User, ja, und wir sehen hier Registered, aber in dem Fall, ähm, wir haben hier unten jetzt auch eine Datei namens User generiert. Jetzt, warum wurden wir nicht weitergeleitet? Naja, ganz einfach, weil wir hier unten, ähm, Sekunde, was ist das? Genau, äh, weil wir hier unten das hier noch drin haben. Wir haben hier gesagt, okay, führ das doch bitte einfach mal aus und wenn hier schon was zurückgekommen ist, dann können wir die neue Location gar nicht setzen. Wenn wir das hier rausnehmen, und ich mach das jetzt hier gerade nochmal, dann sehen wir, wir müssen erstmal warten, 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 warten und irgendwann ist die Website nicht mehr verfügbar. So, ähm, weil es hier drin einen Fehler gegeben hat. Ich hab nämlich hier die Header gesetzt, also hier unten steht ja, ich hab die Header gesetzt, nachdem sie schon geschickt wurden, weil ich hier unten unter dem ganzen, äh, Post-Zeugs, hab ich schon gesagt, okay, bitte schick das doch mal an den Kleinen zurück und hab dann gesagt, hier res.end. Das will ich natürlich auch nicht haben, deswegen lasst mich hier nochmal kurz neu starten. Ähm, so, und wir registern uns nochmal und wir werden weitergeleitet. Ah, nein, wir werden nicht weitergeleitet, weil ich hier 201 eingegeben hab. Ich müsste natürlich 302 eingeben, damit wir überhaupt weitergeleitet werden können von unserem Browser aus. So, dann machen wir das nochmal ganz kurz und wir senden hier nochmal ganz kurz und wir werden wieder zu Main weitergeleitet. So haben wir quasi ein Formular empfangen und wir sehen hier auch, wir haben jetzt hier tatsächlich den Username bekommen. Wir haben das auch wieder in eine Datei reingeschrieben und ja, ich hab die nochmal gewechselt. Wir bekommen alles soweit, aber wenn wir fertig sind mit Hochladen, wenn alles soweit durch ist, dann laden oder dann werden wir redirected auf eine andere Website. Also, das ist jetzt natürlich nur ein sehr simples Beispiel, aber ich kann hier drin schreiben, was ich möchte, sofern es mit meinem restlichen Code irgendwie übereinstimmt. Und ja, das ist vielleicht etwas, was, was ihr definitiv auch machen könnt. Und was natürlich jetzt erstmal sehr, sehr kompliziert aussieht, also im Endeffekt haben wir ja hier mehrere Events, die ineinander eventverschachtelt sind. Das ist total bescheuert, aber macht eigentlich bei Node relativ viel Sinn. Der äußerste Call ist ja quasi Server Listen, das heißt, der Server läuft. Der erste Event ist, wir bekommen ein Request auf Register. Okay, cool. Dann wird hier erstmal der Code soweit registriert und ja, verzeichnet sozusagen und dann heißt es hier, okay, mach mal ein Event. Das heißt, wir sind eigentlich schon fertig mit dem Ganzen und dann kommt das Event, ja, aber ich hab Daten übrigens. Also wird dieses Event hier ausgeführt und ja, Request Body wird hier mit Daten befüllt. Okay, und wenn wir fertig sind mit Daten schicken, dann wird dieses Event ausgelöst und naja, es wird alles gepasst und wir schreiben in eine Datei. Okay, und wenn das fertig ist mit in eine Datei schreiben, dann wird noch ein Event ausgelöst und das hier wird ausgeführt und erst dann wird der User in eine andere Richtung redirected. Das ist alles maximal kompliziert. Ich will euch das hier nur geben, damit ihr den größeren Kontext und auch dieses größere Verständnis habt, was ihr vielleicht bei der Express-Serie von mir nicht ganz mitbekommen habt. Das hier ist quasi noch so ein bisschen eigentliches Express, ein Framework, was auf Node.js aufbaut, aber es macht euch das Leben so viel einfacher, als Node.js euch das macht, dass es, ähm, ja, dass es eigentlich schon fast einfacher ist, Express zu lernen und danach sich Node anzugucken, weswegen ich eben das hier gemacht hab. Deswegen schaut euch bitte auch noch die Express-Reihe an und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.